So, guten Morgen aus Uelzen, heute Morgen aus der Werkstatt. Wir gucken uns heute mal ein paar Ausbauten an oder Umbauten, was wir hier alles so im Moment machen. Von T5 bis Mercedes Vito, Fiat, Ducato, Schlafsitzbänke von der Firma Raimo, die V3000, die V3100 Star. Ja, wir haben hier unser Projekt mit unserer Partnerfirma Autohaus Achilles, wo wir wieder ein cooles Aufstieg drauf gebaut haben. Kriegt auch unseren Actioncamp 2.0 Ausbau. Lasst euch überraschen, was wir mit dem Auto anstellen. Autohaus Achilles ist unsere Partnerfirma aus Kremlingen, wo ihr auch alle Informationen bekommt über unsere Aus- und Umbauten und auch die Camper-Vans. Hier haben wir einen niegelnagelneuen T6.1 Transporter, Formotion, mit allen Schickimickis, die es so irgendwie gibt. Der Kunde freut sich auch schon auf das Auto. Er kriegt einen coolen Ausbau mit einer coolen LED-Inbeleuchtung. Lasst euch überraschen, was wir mit dem Auto noch anstellen. Volle Hütte innen drin, mit sämtlichen Extras, die es irgendwo hin gibt. Über Digital-Cockpit, DSG. Hinten komplett nackig. Das wird ein super cooles Projekt hier. Mercedes Vito. Haben wir schon angefangen. Er kriegt eine komplette 12-Volt-230-Volt-Anlage. Schiebefenster kriegt er noch. Innenverfilzung. Wir sind gerade dabei, die Dieselstandheizung nachzurüsten. Fiat Ducato hat ein Schiebefenster von uns bekommen auf der rechten Seite. Heckfenster, die wir hier gerade eingesetzt haben. Alles auf Kundenwunsch. Wir haben hier noch einen schönen T5. Der Kunde baut sich das, glaube ich, selber aus. Das Einzige, was wir da reinbauen, ist ein Fußboden und die Sitzbank, die hier nachher noch reinkommt. Die Raimo V3100 Star. Gehen wir mal weiter. Einen schönen VW T3. Kriegt noch ein Raimo Aufstelldach nachgerüstet. Hier haben wir unseren Ford Transit Custom. Langer Radstand. Anhängerkupplung ist auch schon dran. Fenster haben wir schon eingebaut. Fußboden ist drin. Fotos haben wir schon gemacht. Der kriegt unseren Car Clinic Duo Camp Ausbau für zwei Personen. Ist gerade im Ausbau. Auch volle Hütte. Richtig coole Ausstattung. 130 PS. Wird richtig interessant werden, das Projekt. Hier haben wir erste Einblicke in unseren Fiat Ducato Ausbau. Auf Kundenwunsch, den wir so ausgebaut haben, dass ein Rollstuhlfahrer genau innen drin Platz hat. Also praktisch als Kundenwunsch der Ausbau. Da werden wir aber noch mehr drüber berichten. Das sind so kleine Einblicke. Einmal kurz. Das werden wir noch komplett beschreiben, das ganze Projekt. Mit einem Schnierle Einzelsitz. Der ist auch sehr interessant, weil er auch schwenkbar, abklappbar ist. Drehkonsolen sind schon drin. Geht auch schon leicht in die Endphase rein. Aufstelldach ist schon drauf. Markise ist dran. Gucken wir mal kurz hinten rein. Fenster, Isolation ist drin. Wasserinstallation wird gerade gemacht. Mal einmal kleine Einblicke hier. Aber wie gesagt, darüber berichten wir nochmal komplett. Hier haben wir nochmal einen VW T6.1. Sorry, das ist schon der neue. Auch 150 PS DSD. Den bauen wir auch auf Kundenwunsch um. Da können wir auch schon mal so kleine Einblicke rein machen. Das wird ein spezieller Ausbau. Da werden wir auch noch beruhigten drüber. Schiebefenster ist schon drin. Hinten haben wir auch schon die Aufstellfenster drin auf Kundenwunsch. Lasst euch überraschen, was da noch draus wird. Wie gesagt, Autohaus Achilles, unsere Partnerfirma aus Kremmlingen. Komplette Informationen bei Ihnen auf der Homepage mobile.de oder vor Ort. Wir werden noch ganz coole Projekte mit ihm starten. Fensternachrüstung, wie gesagt, alles bei uns auf der Homepage unter kaklinikölzen.de. Wir gehen jetzt nochmal nach vorne. Wo wir unseren Beratungsraum haben mit unserem kleinen Campingshop. Der neue Van-Profi von Firma Raimo ist da. Alles sowas, was wir so ein bisschen im Caravan-Wohnmobil brauchen. Bisschen Besteck, Geschirr, Wasserbereich, Gasbereich. Kochen, Backen, Kühlschränke, Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz, Wachsbasis. Alles, was wir so im Caravan- und Wohnmobilbereich brauchen und für unsere Camper-Vans. Lasst euch einfach mal sehen bei uns hier in Uelzen. Wir haben auch unsere Flyer hier. Caravan-Klinik zum Morphe 2 Uelzen. 29.5.25. Kommt einfach mal vorbei. Es ist immer was zu sehen. Wir bleiben in Kontakt. Bis dann. Ciao. Ciao.